Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord am Mittwoch. Ihr Lieben, bevor wir in den heutigen Fall starten, ganz kurz eine Sache in eigener Sache. Und zwar suche ich Verstärkung für mein Redaktionsteam. Wenn dich True Crime interessiert, du Spaß am Recherchieren hast und gerne Texte schreibst, dann melde dich. Die E-Mail-Adresse habe ich unten in die Infobox gepackt und ich freue mich schon jetzt sehr auf eure Bewerbungen und bin gespannt, wer zum Team dazukommt. Ich freue mich sehr, dass ihr Wiener eingeschaltet habt. Der heutige Fall erinnert an die Cinderella-Story. Ein Aschenputtel wird zur Schönheitskönigin, aber ein Happy End ist nicht in Sicht. Freunde, ich sitze hier gerade mit einem Kirschkernkissen bewappnet auf der Couch. Ich habe die Schmerzen des Jahrhunderts, es ist die Zeit im Monat und ich weiß nicht, wie es euch in dieser Zeit geht, aber für mich fühlt es sich immer an, als würde jemand mit einem Vorschlaghammer meinen Unterleib bearbeiten. Und ja, dementsprechend habe ich es mir heute ein bisschen extra bequem gemacht. Und genau das solltet ihr auch tun, denn der heutige Fall ist einfach nur schockierend. Es gibt so viele Dinge zu sagen, so viel, was ich mit euch besprechen möchte. Deswegen werde ich jetzt gar nicht länger quatschen. Schnappt euch was zu trinken, deckt euch schön kuschelig zu und wir starten rein. Christine Paolilla wird am 31. März 1986 auf Long Island, New York geboren. Sie ist die Tochter einer Hausfrau namens Laurie und dem Bauarbeiter Charles. Sie hat einen älteren Bruder namens John und dem Familienglück scheint nichts im Wege zu stehen. Doch plötzlich werden alle auseinandergerissen. Als Christine gerade mal zwei Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Es war ein Arbeitsunfall und der Verlust trifft die Familie urplötzlich und sehr hart. Charles hinterlässt seiner Tochter ein Erbe von fast 400.000 Dollar. Das wird ihr aber erst zum 18. Lebensjahr hin ausgezahlt. Und das Unglück verlässt die Familie Paolilla nach diesem Vorfall noch nicht. Wenige Zeit später versterben auch Christines Großvater und ihre Urgroßmutter. Die Tragödien folgen Schlag auf Schlag und kaum hat sich die kleine Familie von einem Verlust erholt, folgt bereits der Nächste. Besonders für ihre Mutter Laurie ist diese Zeit nicht verkraftbar. Sie wird zunehmend depressiv und versucht einfach zu vergessen. Deswegen greift sie immer öfter zu Drogen. Ihr fällt es schwer, den Alltag zu stemmen. Jeder einzelne Tag ist eine Qual. Das Aufstehen, kleinste Arbeiten im Alltag fallen ihr schwer. Irgendwann kann sie sich dann auch nicht mehr richtig um ihre Kinder kümmern. Und so kommt es, dass Christine immer wieder in verschiedenen Heimen untergebracht werden muss. Die Drogen haben Mutter Laurie fest in der Hand. Der Drogenmissbrauch geht so weit, dass sie schon bald das Sorgerecht für ihre Kinder verliert und Christine zu ihren noch verbleibenden Großeltern zieht. Das Mädchen ist damals sieben Jahre alt. Und wisst ihr, in solchen Momenten denke ich mir manchmal, wie wäre dieser Fall ausgegangen, wenn die Familie nicht so viel Leid hätte ertragen müssen? Was wäre passiert, wenn der Vater nicht diesen Unfall gehabt hätte? Wenn er der Familie Rückhalt hätte geben können in dieser schwierigen Zeit? Würde ich denn jetzt gerade hier sitzen und von diesem Fall erzählen? Ich glaube nicht und das ist so tragisch. Christine fühlt sich von ihrer Mutter komplett im Stich gelassen und versteht die Situation nicht. Ich meine, sie ist ein Kind, sie versteht nicht, was eine Drogensucht bedeutet. Alles, was sie versteht, ist, dass sie immer wieder verlassen wird. Dass Familienmitglieder plötzlich verschwinden, denn auch Tod ist für ein Kind ein unverständliches Konzept. Und das Einzige, was bleibt, ist das Gefühl, immer wieder alleine gelassen zu werden. Den Großteil ihrer verbleibenden Kindheit lebt Christine nun bei ihren Großeltern. Zu ihrer Mutter hat sie zu dieser Zeit kaum noch Kontakt. Als wären die Umstände für das junge Mädchen nicht schon schwierig genug, wird bei ihr auch noch Allopizie diagnostiziert. Allopizie ist eine Autoimmunkrankheit, die zum Verlust aller Körperhaare führt. Man hat also Haarausfall am Kopf, an den Wimpern, den Augenbrauen. Es ist eine Krankheit, die einen gerade psychisch sehr stark belasten kann. Stellt euch vor, da ist ein kleines Mädchen im Grundschulalter, das plötzlich alle Haare verliert. Und das in einer Gesellschaft, in der lange, gesunde Haare, vor allem bei Frauen und Mädchen, das Schönheitsideal sind. Und wir alle wissen, wie frech und gemein Kinder zueinander sein können. Um ihren Verlust auszugleichen, trägt Christine dann oft voluminöse, Halloween-artige Perücken und betont ihre Augenbrauen durch viel Make-up. Sie möchte sich schön fühlen und einfach wie die anderen Kinder aussehen. Sie möchte nicht weiter anders sein. Ihre Versuche kommen bei den Kindern leider nicht gut an. Die Haare sehen künstlich, billig gemacht und altmodisch aus. Und die Augenbrauen verschmieren sehr leicht, wenn es draußen zum Beispiel mal was wärmer ist und Christine beim Spielen schwitzt. Zusätzlich trägt Christine eine überdimensional große Brille, die zusammen mit den Perücken beinahe ihr gesamtes Gesicht bedeckt. Das Resultat? In der Schule wird sie von den anderen Kindern stark gemobbt. Oft passiert es, dass Christines Mitschüler ihr dann die Perücken vom Kopf reißen oder ihr die Brille von der Nase ziehen, sobald sie den Klassenraum betritt. Wie grausam ist das? Christine findet keine Freunde und ist immer allein. Sie hat sich schon fast damit abgefunden, die ewige Außenseiterin zu sein. Doch dann kommt wieder einmal alles anders. Christines Großeltern sterben beide kurz nacheinander und sie bleibt wieder einmal alleine zurück. Ein Gefühl, das sie, seit sie denken kann, kennt. Diese Situation führt dazu, dass Christine den Kontakt zu ihrer Mutter sucht. Die Teenagerin braucht Verwandte, sie braucht ja Menschen, die auf sie aufpassen. Und siehe da, ihre Mutter hat es mittlerweile geschafft, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und sie hat ihre Drogenabhängigkeit überwunden. Und nicht nur das, sie ist mittlerweile sogar verheiratet und lebt mit ihrem Mann in einem schönen großen Haus. Sie nimmt Christine sofort wieder auf und die Beziehung zwischen den beiden scheint sich zu bessern. Gemeinsam entscheidet sich die Familie dann dazu, von Long Island nach Clear Lake City in Texas zu ziehen und dort einen Neuanfang zu wagen. Sie wollen es jetzt gemeinsam als Familie versuchen. Christine schreibt sich an der Clear Lake High School ein und hofft darauf, dass nun endlich alles besser wird. Und tatsächlich. Sie trifft dort auf zwei Mädchen. Tiffany Rowell und Raquel Koloroutis. Das sind die beiden beliebtesten und hübschesten Mädchen auf der Schule. Ganz kurz, war das an eurer Schule eigentlich auch so ein Ding, wer am beliebtesten ist, wer am besten aussieht? Ich weiß noch, dass das zu Teenager-Zeiten wirklich ein Riesenthema war und eigentlich alle belastet hat. Es hat nur dazu gefühlt, dass man sich ständig verglichen hat und sich nie so richtig gut gefühlt hat. Also würde mich interessieren, ob das bei euch auch Thema war. Mutter Laurie freut sich natürlich über die neuen Freunde ihrer Tochter. Sie erinnert sich, wie glücklich Christine zu dieser Zeit war. Mama sagte sie, ich habe zwei neue Freunde gefunden, die die süßesten Mädchen sind, die ich je getroffen habe. Ich fragte, wer sind sie? Sie sagte, Raquel und Tiffany. Sie konnte gar nicht genug von ihnen schwärmen. Wie liebevoll sie waren, wie viel Spaß sie zusammen hatten. Jede Minute, die sie gemeinsam verbrachten, war lebendig und lustig und sie lachten die ganze Zeit. Und ich sah solch eine Veränderung in ihrer Persönlichkeit. Tiffany und Raquel sind in der Schule ein Jahr weiter als Christine und haben somit schon ordentlich Zeit gehabt, die Schule kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Und davon profitiert jetzt auch Christine. Raquel und Tiffany sind schön und beliebt und anders als beliebte Mädchen in Highschool-Filmen wie Mean Girls sind sie tatsächlich beliebt, weil sie einfach mega freundlich und sympathisch sind. Sie engagieren sich, sie integrieren andere, sie sind aufmerksam und hilfsbereit. Und so bemerken sie dann auch Christine, ein Mädchen, das bis jetzt immer nur zurückgelassen, übersehen und gehänselt wurde. Und sie kümmern sich. Raquels Vater überrascht das nicht. Er sagt über seine Tochter, Raquel war die Art von Person, die sich immer um die Außenseiter kümmerte und immer versuchte, anderen zu helfen. Und wegen des ganzen Leidens, das Christine fühlte, hatte Raquel wirklich Mitleid mit ihr. Die drei werden unzertrennlich. Raquel und Tiffany verpassen Christine irgendwann dann ein Umstyling. Sie helfen ihr, sich besser zu kleiden, tauschen gigantige Brille durch Kontaktlinsen aus und zeigen ihr, wie man sich schminkt. Gemeinsam suchen sie dann auch passende Perücken aus, die Christine wirklich stehen. Und Christine fühlt sich schön. Und das ist sie auch. Sie sieht super aus und scheint zum ersten Mal richtig anzukommen. Es erinnert wirklich an Klischee-Makeover-Szenen aus amerikanischen Highschool-Filmen, wie bei Plötzlich Prinzessin. Und all das, was sich jetzt gerade wie im Film anhört, passiert hier wirklich. Als sie mit Christines Verwandlung fertig sind, wird sie von ihren Mitschülern sogar zur Miss unwiderstehlich gewählt. Raquel und Tiffany haben Christine geholfen, sich wie ein schöner, normaler Teenager zu fühlen. Christine vertraut ihren neuen Freunden so sehr, dass sie sich ihnen dann auch irgendwann ohne Perücke zeigt. Und dabei fühlt sie sich total wohl. Raquel und Tiffany sind die einzigen Menschen, die Christine so sehen dürfen. Sie schienen wirklich sehr glücklich zu sein, als sie anfingen, mit diesen Mädchen abzuhängen, sagt Christines Mutter über die Zeit an der Highschool. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, wie gerne würde ich das jetzt sagen, denn es scheint sich endlich alles zum Guten gewendet zu haben. Doch das Glück hält nicht allzu lange. Ihr wisst ja, ihr habt Mord am Mittwoch eingeschaltet. Die zwei Mädchen sind ja eine Stufe über Christine und verlassen die Highschool somit ein Jahr früher. Christine macht sich große Sorgen. Sie will nicht wieder verlassen werden. Sie hat Angst, wieder alleine zu sein. Und sie tut das, was viele Menschen tun, die Angst vor der Einsamkeit haben. Sie sucht schnell nach Zugehörigkeit und Bestätigung und gerät dabei an die falschen Personen. Es sind Menschen, die Drogen nehmen, die schwänzen, Regeln und Gesetze brechen. Und einer dieser Menschen zieht sie ganz besonders in seinen Bann. Chris Snyder. Die beiden kennen sich schon länger vom Sehen. Früher hatte sie Mitleid mit ihm, weil niemand sein Freund sein wollte und er immer alleine war. Und Christine weiß ja schließlich, wie sich das anfühlt. Chris passt äußerlich gar nicht zu Christines Freunden. Er hatte, Zitat, Körperpiercings, Stachelhaare, Ketten, die von seinen Jeans hingen. Da war auch etwas in seinen Augen. Und jedes Mal, wenn ich ihn ansah, fühlte ich mich sehr unwohl. Erinnert sich Christines Mutter. Glücklicherweise hält die Romanze aber nicht allzu lange an. Chris muss wegen bewaffneten Raubüberfalls ins Gefängnis. Freunde und Familie atmen auf. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, wenn eine gute Freundin oder jemand, den man gern hat, in eine Beziehung geht, die der Person nicht gut tut. Und man beobachtet das und man versucht zu helfen. Und das hat Erfolg. Die beiden fangen wieder an, sich öfters zu treffen. Und die Beziehung ist alles andere als gesund. Sie wird sogar als regelrecht toxisch beschrieben. Er ist, Zitat, aufdringlich und aggressiv und hat ein schweres Drogenproblem. Nach Angaben von Christines Mutter und Christines Stiefvater Dick beginnt Chris, Christine von ihrer Familie und ihren Freunden zu isolieren. Er will sie ganz für sich alleine haben. Er missbraucht Christine auch emotional. Und die lässt das alles mit sich machen. Vielleicht, weil sie schon so oft alleine war und weil sie froh ist, jemanden zu haben, der sie ganz und gar kontrollieren will. Und ich weiß, das klingt total abstrus, aber das kann passieren, wenn man Angst hat, wieder alleine zu sein. Dass man Kontrolle und Obsession mit Liebe verwechselt. Doch das, was Chris mit Christine macht, das ist keine Liebe. Er taucht beispielsweise in der Schule auf und zieht ihr vor allem die Perücken ab, um sie vor ihren Mitschülern zu demütigen und um seine Dominanz zu demonstrieren. Christine aber hält an der Beziehung fest. Ihr Stiefvater bemerkt, wie groß der Einfluss ist, den Chris auf Christine hat. Er sagt, wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ihn von ihr fernzuhalten. Aber sie ist 16, 17 Jahre alt. Da kann man nicht mehr viel tun. Christines Eltern versuchen, ihr dann Hausarrest zu geben oder ihr zum Beispiel die Autoprivilegien zu entziehen. Aber Chris hatte eine Art mentale Kontrolle über sie, die wir nicht brechen konnten. Erinnern Sie sich? Die Psychiaterin Gail Salz bringt die Beziehung mit Christines früherem Verlust ihres Vaters in Verbindung. Sie sagt, wenn man seinen Vater sehr früh im Leben verloren hat, ist man möglicherweise anfällig dafür, einen Mann, der ins Leben tritt, übermäßig wichtig zu nehmen. So wichtig, dass man möglicherweise absolut alles für ihn tun würde. Christines Mutter sieht die Gefahr. Sie berät sich mit Anwälten und Polizeibeamten und versucht sogar, eine einstweilige Verfügung zu erwirken und Chris verhaften zu lassen. Alles aber ohne Erfolg. Der Stiefvater sagt, sie hatte das Gefühl, dass sie ihn in den Griff bekommen würde, egal was er tat. Und das ist auch was, das man ja total häufig hört. Dieser Satz, ich kann ihm helfen, ich kann ihn ändern, gib mir nur ein bisschen Zeit und dann wird aus ihm ein total lieber Kerl. Und auf der einen Seite ist das ja auch was Schönes, wenn man versucht, mit seinem Partner an dem Problem zu arbeiten und seinen Partner zu unterstützen. Aber gewisse Wesenszüge, die kann man nicht einfach so ändern. Da kann man jemandem nicht einfach raushelfen. Da braucht es dann professionelle Hilfe zum Beispiel. Und Chris war so jemand. Sogar Raquel und Tiffany sagen Christine, dass sie jemand Besseren finden könnte und dass es da draußen, Zitat, einen Mann für sie gäbe, der sie mit Würde, Respekt und Freundlichkeit behandeln würde. Doch auch Christine entwickelt eine toxische Seite. Chris hatte seiner Familie mehr als einmal gesagt, dass er nur vor zwei Dingen Angst habe. Vor der Polizei und vor Christine. Chris' Familie bezeichnet Christine wegen ihres obsessiven Verhaltens und ihrer vernichtenden Eifersucht als Psycho. Chris' Schwester Brandy soll gesagt haben, dass Christine, Zitat, gedroht hat, meine Mutter, meinen Vater und sogar mich umzubringen. Sie war ein absolutes Geschwür für uns. Fast jeder Streit zwischen dem Paar wird durch die vernichtende Eifersucht von Christine verursacht, die dann in einer kompletten Wut endet. Wenn Chris ein anderes Mädchen auch nur kurz ansieht, schlägt Christine ihn. Sie ist von Unsicherheiten und Verlustängsten getrieben und die beiden treiben sich immer weiter in ihre toxische Beziehung hinein. Es gibt einen Teil von Christine, der es anscheinend auch genießt, von Chris gedemütigt und erniedrigt zu werden. Zum Beispiel fordert sie ganz harten Sex und es sieht so aus, Zitat, als ob sie wollte, dass er sie bestraft. Eines Abends erreicht die Miss- und Beziehung der beiden ihren Höhepunkt, als eine wütende Christine plötzlich aufhört, Chris anzuschreien. Sie starrt ihn an und leckt dann sein gesamtes Gesicht von seinem Kinn aufwärts ab. Dann spuckt sie auf den Boden und geht weg. Was? Zur Hölle? Also ich finde, an dieser Szene merkt man, wie obsessiv und wie verrückt die ganze Sache war. Sie waren wie in einem Wahn miteinander. Wenn es wieder einmal zu einer Auseinandersetzung kommt, schläft Christine auch mal in Chris' Vorgarten, bis er sie irgendwann nachts dann ins Haus lässt. In solchen Momenten verliert sie dann oft die Kontrolle. Sie schreit, sie rüttelt an den Fliegengittertüren und versucht ins Haus einzubrechen, um zu sehen, was er gerade macht. Auf der anderen Seite genießt er auch die Macht, die er dann über sie hat. Manchmal ruft er aber dann sogar die Polizei wegen Christine, weil sie nicht aufhört zu wüten. Um den letzten Sommer der Freundesgruppe zu verstehen, muss man noch einmal ein bisschen zurückrudern. 1998, noch während der Schulzeit, trifft Tiffany ein harter Schicksalsschlag. Ihre Mutter stirbt an Krebs. Ein paar Jahre später, kurz bevor sie mit der Schule fertig ist, heiratet ihr Vater erneut und zieht dann in das Haus seiner neuen Frau. Tiffany möchte aber nicht mitkommen. Sie möchte lieber alleine im alten Haus zurückbleiben, damit sie in ihrem letzten Schuljahr nicht nochmal die Schule wechseln muss. Außerdem hat sie ja alles da. Schule, Hobbys, die Erinnerungen an ihre Mutter, Freunde und ihren Freund. Tiffany und ihr Freund Markus sind schon seit drei Jahren zusammen und es, Zitat, war offensichtlich, dass sie sehr glücklich waren. Ihr Glück war ansteckend für die Menschen um sie herum. Daran erinnert sich der Stiefvater von Markus. Und ihr könnt es euch vorstellen? Da Tiffany nun ein Haus für sich alleine hat, finden die Partys und die Treffen immer bei ihr statt. Andauernd ist was los. Irgendwer ist immer zu Besuch und irgendwelche Partys oder lustige Runden werden immer geschmissen. Die einzige Regel lautet, es darf nichts Stärkeres als Alkohol und Gras bei ihr im Haus konsumiert werden. Andere Regeln, die gibt's nicht. Nach ihrem Abschluss wird das Haus der permanente Treffpunkt der Freundesgruppe. In diesem ersten aufregenden Sommer, nach dem Abschluss der Highschool, beginnen Tiffany und Raquel als Barkehberinnen und Kellnerinnen im Club Exotica zu arbeiten. Das ist ne oben ohne Bar am Gulf Freeway. Laut ihren Kollegen waren die beiden Freundinnen aber zu schüchtern, um dort auch aufzutreten und zu tanzen. Sie wollten einfach Getränke ausschenken und sich etwas Geld verdienen. Ihr Ziel ist es, genug Geld zusammen zu haben, um einen sorgenfreien Sommer zu erleben und dann noch etwas für die Zukunft anzusparen. Das alles wollen sie tun, bevor das richtige Leben beginnt. Einen letzten Sommer in Freiheit genießen. Raquel verbringt immer wieder Zeit mit Tiffany. Oft ist sie tagelang am Stück mit Tiffany in dem Haus und zieht dann sogar bei ihrer Freundin ein. Zu diesem Zeitpunkt haben sich Tiffany und Raquel bereits etwas von Christine distanziert. Sie unterstützen die Beziehung zu Chris nicht. Sie machen sich große Sorgen und sie beobachten, wie sich Christine in seiner Anwesenheit zum Negativen verändert. Christine ist aber nicht belehrbar. Für sie gibt es nur Chris. Keiner kann ihr da reinreden. So wird die Freundschaft des Trios auf die Probe gestellt. Im Juli kommt der Cousin von Marcus, Edelbert Sanchez, für eine Woche seine Familie besuchen. Er und Marcus haben eine gute Beziehung zueinander. Er hängt gerne mit ihm rum. Durch Marcus ist Edelbert aber auch viel bei Tiffany mit im Haus. Und zu viert haben sie eine super Zeit. Sie verbringen fast jeden Tag zusammen. So auch den 17. und 18. Juli. Noch am vorherigen Abend sind sie ausgegangen und haben das Leben gefeiert. Und heute sitzen sie alle völlig verkatert im Haus. Das Leben ist schön und unbeschwert. Probleme, die gibt es nicht. Allerhöchstens die Frage, welche Party heute Abend denn so geht. Es ist kurz nach 18 Uhr. In den letzten 90 Minuten hatte die 18-jährige Britney, Britney, das ist ein Pseudonym, sie möchte anonym bleiben, ihre Freundin Tiffany mehrmals angerufen. Britney ist eine der besten Freundinnen von Tiffany und das schon seit der Mittelschule. Irgendwas stimmt nicht. Das spürt Britney sofort. Sie wollen abends feiern gehen und Tiffany lässt bei so einem schönen Anlass nie auf eine Antwort warten. Immer wieder wählt Britney nun Tiffany's Nummer, aber sie erhält keine Antwort. Minuten werden zu Stunden und die Sorgen werden immer größer. Britney erinnert sich. Ich war in der Gegend, also fuhr ich zu Tiffany's Haus. Britney's Freund, ihr Neffe und der Cousin ihres Freundes begleiten sie. Ein paar Minuten nach 18 Uhr fahren sie in die Einfahrt von Tiffany in der schicken Vorstaatssiedlung. Sie bemerkt sofort, dass Marcus und Tiffany's Fahrzeuge dort stehen. Tiffany's Truck ist vor dem Haus geparkt, das Hinterrad steht auf dem Fußgängerweg. Marcus' Auto steht neben der Garage. Wenn sie doch zu Hause sind, warum gehen sie dann nicht einfach ans Telefon? Britney fährt hinter Marcus' Auto ein und parkt. Sie steigt aus und klingelt an der Tür. Keine Antwort. Sie klingelt erneut. Als wieder keiner öffnet, versucht sie, durch ein nahegelegenes Fenster zu schauen, wobei sie die beiden Hände über die Seiten ihrer Augen legt, um das Licht abzublocken. Aber auch so kann sie nichts erkennen. Sie nimmt weder eine Bewegung noch ein Geräusch wahr. Britney wird panisch. Sie hämmert gegen die Tür. Immer weiter, härter und lauter. Und irgendwann schafft sie es, die Tür aufzustoßen. Britneys Freund und die anderen beobachten aus dem Inneren von Britneys Auto, wie sie langsam ins Haus geht. Sie geht durch ein kurzes Foyer. Eine gruselige Stille herrscht in dem sonst so belebten und lauten Haus. Dann betritt sie das Wohnzimmer. Sie geht ein paar Schritte und dann steht sie einfach nur da. Sie starrt auf die Szene, die sie in den ersten Momenten überhaupt nicht verarbeiten kann. Sekunden später rennt sie schreiend aus dem Haus. Sie ist hysterisch und brüllt, dass jemand die Polizei rufen muss. Ihr Freund geht auf die Tür zu und nähert sich dem Inneren des Hauses. Wenig später stürmt auch er schreiend raus. Britney ist inzwischen auf dem Boden gesackt. Sie weint und schlägt mit den Fäusten ins Gras. Ihr Freund bemerkt einen Nachbarn auf der anderen Straßenseite, der gerade telefoniert. Er rennt zu dem Mann und schreit, rufen sie die Polizei, rufen sie die Polizei. Und der Mann wählt den Notruf. Überall war Blut, sagt Britneys Freund später und beschreibt, was er in Tiffany's Haus gesehen hatte. Vier Leichen in einem blutgetränkten Wohnzimmer. Zu den Verstorbenen zählen neben Raquel und Tiffany auch der 19-jährige Marcus und sein 21-jähriger Cousin Adelbert. Auf alle vier wurde mehrfach geschossen und Tiffany hatte stumpfe Kopfverletzungen. Es wurden über 40 Schüsse abgegeben. Raquel schien es jedoch am schlimmsten getroffen zu haben. Ihr Kopf wurde eingeschlagen und sie hielt noch einen verklumpten Haarbüschel in ihrer rechten Hand. Sie war das Ziel von mindestens zwölf Schüssen, darunter einen in ihre linke Pobacke, was darauf hinweist, dass sie versucht hatte zu fliehen. Beiden Frauen wurde zudem mehrmals in den Intimbereich geschossen. Als die Informationen über diese grausamen Morde in der Stadt die Runde machen, erfährt auch Christine davon. Christine reagiert zutiefst verstört und zeigt sich sehr verletzt. Sie kam nach Hause und erzählte es uns. Sie war sehr aufgewühlt und weinte fast die ganze Nacht, erzählt ihre Mutter. Christine ist sogar zu aufgewühlt, um an den Beerdigungen der Mädchen, ihren besten Freundinnen, teilzunehmen. Die Ermittlungen laufen nur schleppend. Die Genauigkeit und Präzision der Schüsse lassen die Polizei vermuten, dass es sich um eine gezielte Hinrichtung handeln könnte. Die Ermittler sprechen von einem Overkill. In der Tat steckt so viel Hass und eine übertriebene Wut, die darauf schließen lässt, dass der Täter eine persönliche Verbindung zu den Opfern hatte. Schüsse in den Intimbereich deuten zum Beispiel stark auf sexuelle Eifersucht oder Rivalität hin. Dennoch stellt die Polizei schnell die Theorie auf, dass die Morde etwas mit Drogen zu tun hatten. Raquel und Tiffany arbeiteten ja in einem Stripclub und Marcus handelte angeblich ab und zu mit Ecstasy und Kokain. Obwohl also alle Hinweise in eine komplett andere, nämlich in eine persönliche Richtung deuten, versteift sich die Polizei auf diese Drogenspur. Und so wird das engere Umfeld der Mädels erstmal überhaupt nicht verdächtigt. Auch nicht Christine. Das liegt bestimmt auch daran, dass nur wenige Frauen, geschweige denn Mädchen im Teenager-Alter, für Morde verantwortlich sind. Von den 1.190 Jugendlichen, die 2009 in den Vereinigten Staaten wegen Mordes oder Totschlags verhaftet wurden, waren nur 7% weiblich. Und so tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Und das, obwohl es in den ersten Monaten über 400 Hinweise gab. Alle führen ins Nichts, bis sich ein Nachbar meldet und aussagt. Am Nachmittag des Mordes sah er gegen 14.30 Uhr beim Wegfahren eine männliche und eine weibliche Person, die trotz der Temperaturen ganz in schwarz gekleidet waren und sich Tiffany's Haus näherten. Der Mann war blond. Die Frau hatte ihre Haare mit einer eng anliegenden Kappe bedeckt und trug eine große schwarze Tasche. Sie schauten in die Autos vor dem Haus und liefen langsam vor dem Haus herum. Da aber öfters Freunde und Jugendliche zu Besuch waren und Partys in dem Haus stattfanden, dachte er sich nichts Großes dabei. Anhand der Beschreibungen des Nachbarns werden nun Phantomzeichnungen erstellt. Die Skizzen werden veröffentlicht und es passiert nichts. Einige Jahre vergehen und das Leben nimmt wieder seinen Lauf. Chris wurde in der Zwischenzeit wegen eines früheren Autodiebstahls ins Gefängnis in Kentucky geschickt. Christine landet in einer Drogenentzugsklinik in Carville. Die beiden trennen sich. Zu diesem Zeitpunkt zieht Christine aus dem Ort weg und bricht den Kontakt zu ihren Eltern und dem Bekannten aus der Schule komplett ab. In der Klinik trifft sie auf Justin Rod, einen Heroinabhängigen, der seit vielen Jahren süchtig ist. Sie verstehen sich sofort unglaublich gut und es entwickelt sich eine neue Liebesbeziehung. Kurz darauf heiraten sie bereits und kaufen sich mit Christines geerbten Geld, den insgesamt 360.000 Dollar, die ihr Vater ihr hinterlassen hat, einer Eigentumswohnung. Doch auch dieses Glück ist wieder nur von kurzer Dauer. Kurz nachdem sie eingezogen sind, im Juli 2005, zwei Jahre nach dem Morden, sieht Christine eine Nachrichtensendung im Fernsehen. Und plötzlich erscheinen die Bilder ihrer ehemaligen besten Freundinnen. Sie ruft Rod dazu. Er soll sich das ansehen und als die Polizeiskizzen auf dem Bildschirm erscheinen, wird sie plötzlich ziemlich nervös. Sie läuft im Wohnzimmer auf und ab und murmelt immer wieder, oh je, oh je. Dann bleibt sie stehen und starrt ihren Ehemann an. Sieht mir das Bild ähnlich? Fragt sie. Und daraufhin gesteht sie ihrem Mann alles. Sie gesteht, dass sie an dem Vierfachmord beteiligt war. Dass sie ihre besten Freundinnen, Marcus und seinen Cousin, getötet hat. Sie erzählt alles. Sie und Chris seien zu dem Haus gegangen, um Geld und Drogen zu stehlen. Seine Idee, sagt sie. Und Chris überraschte sie, indem er ihr kurz vor dem Betreten des Hauses eine Pistole gab. Rod, Christines Ehemann, erlebt verschiedene Phasen der Trauer. Am Anfang ist er schockiert, dann folgt Wut, Leugnung und schließlich Akzeptanz. Und statt zur Polizei zu gehen, bleibt er bei Christine. Das Paar begibt sich auf die Flucht. An der Stelle frage ich mich, was hätte ich getan? Was hättet ihr getan? Stellt euch vor, euer Partner, die Person, mit der ihr nachts einschlaft und morgens aufwacht, die Person, die ihr über alles liebt, rückt mit so etwas heraus. Wärt ihr zur Polizei gegangen? Hättet ihr euch auch auf die gemeinsame Flucht begeben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die beiden beziehen ein Zimmer in einem Lakinta Inn. Das ist eine Motelkette, in der es häufig günstige Zimmer gibt. Zu der ganzen Fluchtsituation kommt noch hinzu, dass beide seit der Entlassung aus der Entzugsklinik wieder rückfällig geworden sind. Sie verfallen sofort in einen heftigen Drogenrausch. Täglich konsumieren sie Heroin und Kokain im Wert von 500 Dollar und ernähren sich ausschließlich von Limonade, Reezys, Peanut Butter Cups und Cheez-Its. Also nur Snacks und Limo. Christine verlässt das Zimmer nie und lässt keine Hausangestellten hinein. Haltet euch fest, sie verbringen sieben Monate lang in dem Hotelzimmer, ohne es zu verlassen. Sieben Monate lang verstecken sie sich dort, bis Rod angeblich am 8. Juli 2006 eine Crime-Stopper-Hotline anruft und Christine anonym meldet. Der männliche Anrufer teilt der Polizei mit, dass er mit Christine, die zugegeben hat, an den Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, eine Entzugskur gemacht habe. Später wurde aber berichtet, dass Justin Rod wahrscheinlich nicht der Mann war, der den Tipp abgegeben hat. Man weiß es nicht so genau. Die mexikanische Polizei findet auf jeden Fall das Hotelzimmer und verhaftet Christine am 19. Juli 2006. Fast genau drei Jahre nach dem Morden. Als man sie aufspürt, findet die Polizei ein komplett verwüstetes und heruntergekommenes Zimmer vor. Ein Beamter sagte sogar, dass er noch nie zuvor eine derart schlimme Drogenhöhle gesehen hat. Das Zimmer ist komplett verschmutzt und verschmiert. Mehr als 100 Heroin-Nadeln liegen im Zimmer herum. Der Raum ist mit Hundekot beschmiert und überall liegen Glasreste. Verschimmelte Essensreste, Take-Out-Boxen und Müll. Als die Beamten das Zimmer stürmen, waren Christine und Justin beide high und schliefen, was zu einer schnellen und problemlosen Festnahme führte. Und was ist mit Chris? Im Juni 2006 zieht Chris Snyder nach Greenville und beginnt dort ein neues Leben mit einer Frau, die er online kennengelernt hatte. Als die Beamten nach Chris suchen, ist es bereits zu spät. Er wurde von Bekannten und Familie gewarnt, dass die Polizei bald bei ihm auftauchen könnte. Chris ist kurz darauf mit einer Flasche Pillen und Limonade in den Wald verschwunden und nie zurückgekehrt. Man findet ihn tot auf. Er hat sich mit den Pillen das Leben genommen. Christine wird verhaftet und ihr Mann packt sofort aus. Er erzählt den Ermittlern alles, was sie ihm erzählt hat. Unter anderem auch Details, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Christine versucht erst abzustreiten. Später schildert sie die Geschehnisse am Nachmittag der Morde immer wieder unterschiedlich. Schließlich verrät sie aber so viel, dass die Staatsanwaltschaft sie in Verbindung mit Rods Aussage und anderen Beweisen wegen Mordes ersten Grades verurteilen kann. Die Version der Geschehnisse, auf der sie beharrt, ist, dass sie und Chris zu dem Haus gingen, um Geld und Drogen zu stehlen. Sie beteuert, es sei seine Idee gewesen. Und da er Selbstmord begangen hat, kann er seine Seite der Geschichte nicht mehr erzählen. Und so versucht Christine, die ganze Schuld auf ihn abzuwälzen. Er habe plötzlich auf Marcus geschossen. Sie sei völlig überrascht gewesen. Und dann, so behauptet sie, ging ihre Waffe von selbst los. Sie habe die Kontrolle verloren und blind durch den Raum geschossen. Sie sagt, Chris habe später eine schwer verletzte Raquel zu Tode geprügelt. Laut Christine drohte Chris, ihr und ihrer Familie das Gleiche anzutun, sollte sie jemandem davon erzählen. Justin Rodd erzählt der Polizei aber eine ganz andere Geschichte. Er sagt, Christine habe zugegeben, zu dem Haus gegangen zu sein, um an einem Drogenraub teilzunehmen. Und als Chris zu schießen begann, habe sie einfach mitgemacht, ohne zu zögern. Sie klauten noch etwas Gras und verließen dann den Tatort. Christine soll sich noch einmal zu Chris gewendet und gesagt haben, er solle sicherstellen, dass alle tot sind. Und tatsächlich, Raquel kroch auf dem Boden herum und versuchte, mit ihrem Handy den Notruf zu wählen, während sie an ihrem eigenen Blut wirkte. Sie hatte die Nummer schon eingetippt, aber die Wahltaste noch nicht gedrückt. Rodd sagt, Christine habe ihm erzählt, dass nicht Chris, sondern sie Raquel dann mit einer Waffe erschlagen habe. Zitat, Christine nahm ihre Pistole heraus, richtete sie über ihren Kopf, hielt sie am Lauf wie einen Hammer und begann mit einer peitschenden Bewegung auf Raquettes Hinterkopf einzuschlagen. Ihren Schädel zu schlagen, um sicherzustellen, dass sie tot war. Sie ging weniger als 30 Minuten nach den Morden zur Arbeit. 30 Minuten, nachdem sie ihre besten Freundinnen getötet hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Christine war bei der Tat aber noch minderjährig. Deswegen kann diese Strafe nicht verhängt werden. Stattdessen wird sie im September 2008 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 40 Jahre lang hat sie keine Chance auf eine Bewährung. Christine verbüßt ihre Zeit im Frauengefängnis in Texas. Obwohl sie erst 2046 auf Bewährung entlassen werden kann, legt sie gleich nach ihrer Verurteilung Berufung ein. Ihr Anwalt erhält Christine nicht für den Antreiber in der Tat. Er sagt, sie war ja noch so jung und beim Verhör stand sie unter schwerem Heroinentzug. Es ist aber eine ganz andere Frage, die die Menschen im Gerichtssaal beschäftigt. Warum hat Christine den Menschen, die es nur gut mit ihr gemeint haben, so etwas angetan? Den Menschen, die ihr geholfen haben, sich schön und gut zu fühlen, die sie aufgenommen haben? Chris' Schwester Brandy sagt dazu, ich erinnere mich, dass sie sehr eifersüchtig war. Es muss eine unterschwellige Eifersucht zwischen Christine und Raquel gegeben haben. Als ich Fotos von Raquel sah, wusste ich sofort Bescheid. Sie war sehr schön. Hatte Christine Angst, ihr Freund Chris könnte ihre Freundinnen schöner finden? War sie eifersüchtig und wurde sie von den krankhaften Verlustängsten zu dieser Tat getrieben? Oder war es tatsächlich Chris, dem sie einfach gefallen wollte und der das ausgenutzt hat, um sie zu dieser Tat zu überreden? Letztendlich weiß nur Christine, warum sie tat, was sie tat. Und sie zeigt auch kein Interesse daran, sich für irgendetwas zu entschuldigen oder ihre Tat zu erklären. Nach über fünf Jahren erklärt die Familie der vier jungen Opfer, dass das Urteil es ihnen ermöglichen würde, mit ihrem eigenen Leben weiterzumachen. Für mich fühlt es sich so an, als ob Gerechtigkeit geschehen ist, sagt Raquels Vater vor dem Gerichtssaal, nachdem das Urteil verkündet worden war. Es ist ein positiver erster Schritt zur Heilung. Ihr Lieben, ich bin so gespannt, was ihr zu all dem sagt. Dieser Fall lässt mich nicht los. Wie konnte es dazu kommen? War es die Angst, alleine zu sein? Waren es die Drogen? Schreibt mir eure Meinung zu all dem gerne in die Kommentare. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder hören. Tschüss! Tschüss!